Wussten Sie, dass Sonne das Risiko an schwarzem Hautkrebs zu erkranken, dramatisch reduzieren kann? Das fanden jüngst kanadische Krebs-Experte heraus. Diese Studie und hunderte andere zu den positiven Effekten der Sonne finden Sie unter bluehawaii.de. Ich bin's, Claudius Fabich von Blue Hawaii. Und diese spektakuläre Landschaft, die Sie im Hintergrund sehen, das sind die Berge von Nevada. Wir sehen uns wieder und denken Sie daran, wenn Sie sonnen, tun Sie das Hauttypen gerecht und maßvoll vermeiden Sie den Sonnenbrand und schützen Sie Ihre Augen. Häng los!